Ey, wie pervers sind sie denn? Was? Das glaubst du nicht? Michelle, glaubst du nicht etwa? Natürlich glaubst du das. Wie können sie denn eine Schülerin bekrapschen, verdammt das? Ja, was denn tun? Weil sie pervers sind, was war ich? Nee, Sina, wir müssen sofort die Polizei sitzen. Das glaub ich ja gerade nicht. Das glaub ich nicht. Gehen Sie bloß weg. Gehen Sie weg, verdammt mal. Wo bin ich denn hier? Keine Polizei. Wieso keine Polizei? Zwei Stunden später. Wenn Referendar Sascha sich erpressen lässt, kann Sina mit den 1000 Euro endlich wieder shoppen gehen und muss dafür nicht arbeiten. An die Tilgung ihrer Schulden denkt sie dabei nicht. Du musst dich ganz schnell auf den Hintern setzen und Geld verlieren. Hast du mich verstanden? Dann bist du endlich. Ja, oder wie nicht? Dann bist du endlich. Ja, oder wie nicht? Dann muss ich doch schnell rein! Ja, oder wie nicht? Dann bist du endlich. laszt es euch wirklich mit著 infected zusammen. Untersetzen mit dem 14b vielleicht um 73son zu außen. Untertitelung des ZDF, 2020